Willkommen zurück zu Black Ops 3 Zombie Kampagne und mit mir dabei ist der Blukrom. Moin Moin. Und dann würden wir sagen schnetzeln wir uns weiter durch die ja was ist das ja durch die faulenden Leiber von Untoten. Habt das gehört wie Later versucht hat seine Stimme zu verstellen wie immer so Zombie Kampagne. Du hast gesagt das macht dich hot und deswegen habe ich es getan. Viele dinge machen mich hot later aber leider gehörst du nicht dazu. Ja das ist zum glück so. Dann spawnen aber wieder welche hinter uns das weißt du ne. Oh was ist das für eine Kugel? Einmal mal dazureden egal was wir sterben. Guck mal die macht die für uns platt das ist super. Gute Kugel. Hinter uns sind schon wieder welche gespawnt. Guck hinten guck du vorne. Ich guck hinten. Achso. Okay dann guck ich vorne. Okay was jetzt sprich. Ruhig hinten 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 guck ich. Okay 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 ich guck vorne. Vor uns also dort wo wir hin müssen ist Ruhe. Dann können wir ja mal an die an die Munitionskiste das ist sehr gut. Ein Träumchen. Da ist auch noch Munition. Noch Munition. Noch mehr Munition. So viel Munition. Oh. Oh 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 gar nicht, was auf mich geschossen hat. Marquete-Würfer. Okay, das hab ich gar nicht mitbekommen. Gatst du mich an? So schießt du auf die, die da kommen? Das ist wieder so ein Geschütz-Latern. Oh? Wo ist ein Geschütz? Ja, ich bin ein bisschen schrocken. Ich fand das wieder so ein Geschütz. Ich tue mir gerade hier ein bisschen Munition. So, ein Geschütz. Wo ist es denn? Er ist, glaube ich, schon vernichtet. Ja. Ach, schade. Den Schädel nicht erwischt. Muss nachladen. Wo bist du? Hier oben. Ach, da oben. Guck mal, der hat keinen Kopf mehr, der Roboter. Aber, gut Ruff. Brauche einen. Brauche einen. Huah. Stark. Muss nachladen. Muss nachladen. Ich glaube, wir kriegen unendlich viel Roboter nach, oder? Kann das sein? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber das sind praktisch, die Teile. Ja. Die lassen wir immer schön vor. Und dann... Von hinten stehen wir und sehen gut aus. Das ist in Ordnung. Wir hörten das bekannte Kreischen. Parasiten. Parasiten. Mutierte Kreaturen. Geboren aus 61.15. Oh. Oh, ich wollte euch sagen, da kommt so ein großes Viech. Die Granate war gut geschmissen. Oh, jetzt habe ich die Waffe eingesammelt, ey. Mach das eigene. Das sind jetzt für eine Waffe. Raserback. Normales. Du musst nachladen. Aber wenigstens mit dem Scope drauf. Jawohl, komm her. Kommt her. Kommt her. Wo sind sie? Jetzt, wo ich ein One-Shot-Gedönse habe, hier. Komme keine mehr. Ach, da ist mir der Video. Der Effekt natürlich um. Naja. Effekt. Ich brauche hier Effekt. Ja, diesen, diesen, weißt du, One-Shot. Eklisch. Uh. Du hast eine Granate geworfen. Was ist das denn? Du hast eine Granate geworfen, ne? Ich habe mich zurückgeworfen. Weißt du, das kann sein. Ich bin dabei zurückgesprungen, ewig kurz. Da ist eine Fliegevieh hier. Ja. Hm. Hallo, sei. Was? Es sind nur ein paar Untote. Du musst keine Angst haben. Kannst du mir das machen? Ne, ich habe keine Angst. Du bist ja bei mir. Ja. Schalte die bösen Zombies von dir weg. Ich muss sagen, gerade läuft es echt. Eigentlich haben wir es gut. Wir werden auch selbst auch was nicht von hinten überrannt oder so. Wir sind viel zu stark nach vorne orientiert, um, äh, um, äh, das hinter uns was spawnt. Wir sind jetzt ständig nach vorne gegangen. So, ich brauche auf jeden Fall Munition. Autsch. Da kommt Papa Bär. Ja, da halten wir, halten wir ordentlich drauf. Weg ist er. Papa Bär hat nicht viel ausgehalten. Ne. Komm mal zu dir, sonst. Ich möchte so eins haben. Wir jammeln schon wieder. Komm mal ganz viele Zombies. Von rechts kommt auch Zombies, Alter. Okay, ich mache rechts. Boah, was da einsteckt. Alter, Walter. Wir sind nicht mit Schutzwesten. Da haben wir nichts für die Brunnen. Hm, ich muss nachladen. Hinter uns kommt da einer. Da ist noch einer. Vorne ist alles frei. Hinter uns im Moment auch. So, ich habe nachgeladen. Wir können weiter. Ich bin gerade am Nachladen. Da ist Munition im Übrigen. Wow. Wo bin ich tot? Was? Sie sind gestorben? Ja, aber ich habe keine Ahnung warum. Hä? Ich habe keine Ahnung warum. Und wir beide gleichzeitig gestorben liegen, oder? Ja, kann aber eigentlich nicht. War doch alles gechillt. Ja, ich verstehe das auch nicht. Hm. Da ist super. Ich bin gerade rechts. Ich bin gerade am Nachladen. Hinter uns. Rechts. Hinter uns. Ich muss nachladen. Hinter dir. Okay, bin dran. Hinter uns. Ich mache hinter uns. Okay. Okay. Keine Ahnung wo das herkam, aber es war gut. Boah, hinter uns sind etliche. What? Schau, ich habe noch ein Kalleffekt. Das ist so. Kann es sein, dass der Spawn hinter uns wieder da ist? Weil das ist ja irre. Okay. Dafür ist er vor uns nicht drauf. Ja, ist er gut. Okay. Komm. Wollen wir nach vorne. Okay. Nach vorne ist nichts. Vorne ist nichts. Das ist in Ordnung. Okay. Fällt sich aber ehrlich gesagt nicht so an. Du bist da reingesprungen? Ich bin jetzt rüber, damit ich hier unten den Blick habe. Weißt du, einer so, einer so. Hinter dir. Oh, mein Freund. Noch mehr. Oh, mein Freund. Oh, mein Freund. Kommt ein Roboter um die Ecke gleich. Jetzt. Hm. Oh. Ach, die sind zwei. Ja. Ich habe nur den einen gesehen. Du musst mal rüberkommen. Ähm, ich liege hier ein bisschen im Greck. So. Einer ist weg. Da ist noch, schwirrt noch ein zweiter rum. Du musst aufpassen. Super. Ich habe nur den einen gesehen. Und. Oh. Wo bist du? Kommt die Rakete gerade her. Weißt du, ne? Ich habe den zweiten. Okay. Wunderbärchen. Ich habe den zweiten kaputt. Können wir. Ja, mit Zombie. Da wollte ich ihn nur schmusen. Oh. Oh. Ja. Oh, da kommt einiges. Hey, Tussi. Nachladen. Okay. Da kommt einiges am Boden. Ja, ja. Ich lasse dich schon nicht hängen. Ui. Mein Schild kann nicht schaden, ne? Ui, Jungs. Hinter uns bestimmt. Hinter uns. Oh. Hey, von wegen Schild. Das ist gar kein Schild für einen Freund. Oh nein. Das geht schief. Warte, 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 warte. Oh. Nein. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nee, du, nee, du, Alter. Nee, du, nee, du. So nicht. So nicht. Oh, beide Granaten geschmissen. Boah, die sind in der Boden. Wo kam die her? Ja, die sind gespawned. Ach so. Also gut, ich versuch's jetzt. Okay. Hinter uns gleich wieder. Unter dir, unter dir, unter dir, unter dir. Weiß, wie ist es einer, der explodiert, oder? Nee. Oh. Hast du deinen Schwarm schon losgelassen? Hm, mein Schwarm? Nee. Cool. Warte, mach den Zombies aber gar nicht so aus. Nee, ich glaub auch nicht. Ich hab halt, ich hab halt, ich hab halt gar nicht... Oh. Ich hab halt gar nicht den Schwarm, sondern ich hab irgendwas anderes. Hey, Mädel. Pass auf, ich hab sowas hier. Keine Ahnung, ob das was bringt gegen die Zombies. Müsste ich mal ausprobieren, dann lieg ich wahrscheinlich tot im Dreck. Oh. Tatsächlich. Ich lieg im Dreck, mein Freund. Ja, ich hab keine Munition mehr. Ich hab keine Munition mehr. Aktiviert die komische Kugel da vorne. Was ist denn die komische Kugel? Lol. Zeit angehalten? Ja. Haben wir aber das Schwein gehabt, ne? Ja. Ich hab keine Munition mehr. Muss man auch machen. Oh, ich lieg am Boden. Ich auch. Bin da an der Dingens hängen, du Lieben. Naja, gut. Ich hab keine Munition gehabt mehr. So, ich würd aber sagen, mein Freund... An der Stelle beenden wir mal den Part. Wenn's euch gefallen hat, hinterlasst uns ein Däumchen. Schreibt uns in die Kommentare. Abonniert unsere Channel. Und seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir uns hier irgendwie versuchen, gegen die Horden an stinkenden Weibern, die hier auf uns zugekommen sind, zur Wehrs zu setzen. Schau mal hier. Ein Weib? Noch ein Weib? Ne, hinten dran sind lauter Kerle. Gut. Weg mit. Bäh. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Genau. Ciao, ciao, euer Blu-Graum. Und euer Latan. Tschüss. Ciao, lauter, lauter. Okay, bis dann. Ciao. Ciao.